Mäh, mäh, mäh. Wir brauchen mehr Schatzkisten. so die kann man nicht öffnen aus dem Dreck machen wir mal hier rein hier auch alles was nicht so martial ist so Werkzeug auch reinlegen und dann die Erze hier wieder unten rein so Blumen raus Shards raus Setzlinge raus diese Blumen Seeds Mandrake und dann hier Blumen hier kommt das hin und hier kommt schwarz rein Skull kommt hier um so haben wir hier Snowbell Eisnadel hier haben wir Strawberries hier haben wir Canella Pflanze die Pflanze die Pflanze nehmen wir nicht wieder an tomato so so die reizen natürlich dann diese hier Turip powership hallo frebs und hier eine powership hin so hier ist noch ein blöden die Karotten so Calorie Calorie Blutabaka das hat es mir lieber noch ein bisschen leid zu nehmen so dass View elas auch es auch touch die den Kühen suchen. Wir nehmen kurz das Brot. Das Weizen mit. Wir machen kein Brot daraus. Die Strawberry nehmen wir mit und setzen diese Kartoffeln mal hin. Also, schaffen wir das irgendwie? Ich muss hier mal zu machen. Oder nein, die Kühe kommen ja irgendwo hier hinten hin. Ja, da müssten wir eigentlich, eigentlich müssten wir jetzt noch ein paar bisschen Holz fällen für die Zähne. Das machen wir direkt. Okay. Oh, Skeletchen. So, jetzt haben wir genug Holz. Mal schauen, ob die Setzlinge hier schon getroppt sind. Ein bisschen getroppt. Ja, eins. Irgendwie droppen die auch nicht mehr so häufig. Okay, gehen wir kurz mal die Zähne kraften. So. Wir brauchen viel Holz. Viele Stecke. So. 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 We lutte. Ja, Leichtleid nicht so. Gut. Sie seht schon wieder noch. So. Ja, die Triade darf auch Kühe spielen. Schlafen. So. Ähm, Setzlinge. Das war wenig. So. Ähm, du scharf, du kommst schon mal rein. Ja, jetzt bist du plötzlich hier. Auch wenn wir dich nicht unbedingt brauchen. Ja, wäre schon gut, wenn du mit dem kommst. Ja, was ist jetzt? Kein Bock mehr. Du bist dumm wie Brot. So. Wenn du scharf, kommst du auch. Ich möchte gerne graue Wolle. Oder schwarz oder weisse. Dann kommst du auch mit. Ja, du kommst mit. Ja. 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 Auf Wiedersehen. Ja. 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 die Mühe. Die Mühe. Wir machen die Mühe für die Kühe. Die es nicht gibt. Die es nicht gibt. Wo gab's noch mal als Kühe. Ja. 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 Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Das ist mir kacke. Nein, das ist wirklich umständlich diese Kühe hier hinzubringen. Dann. Cheate ich. Ich mache das ganze Spiel kaputt mit dem Cheaten. Ich cheate mir genau mega viel dazu. Dann mache ich das halt hier so. Ähm. Ich cheate mir genau. Eine Zwei Kühe. Das ist so extrem von gecheatet. So. Kommt mal her. Am besten zwei gleiche. So. Macht Wickel Wickel. Wunsi Wunsi. 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 So können die Kühe nicht ziel. Wunsi. Okay. Jetzt geht's Fläsch. Fläsch. So, hier können wir schon mal das Zirkular abfahren und, ja, gehen wir wieder meinen, ich brauche unbedingt Diamanten, vielleicht können wir leider noch nicht zu viel tun. Ähm, das weg, mal kurz in diese Hole, hallo, ähm, die Flächen wieder ganz, wieder, ähm, die Tomaten gemacht haben, so. So, also, wie viel machen die, so, bei, ja, ein Halbes. Okay, müssen wir bald unbedingt mehr Kühle haben. Ja, irgendwie will Fraps heute nicht. Dann mache ich heute mal Schluss. Oder starten, oder spielen, ne, nehmt dann nochmals auf und dann sehen wir uns nochmal. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.